Habe ich mir das gerade eingebildet, oder? Nein, Marcel, du hast es dir nicht eingebildet. Hallo meine Katastrophe-Freunde, zu einer neuen Folge von The Evil Within. Wir sind mittlerweile die zwölfte Folge, aber wir fangen gleich mal an. Ich hoffe, das Ganze wird hier bald mal beendet, oder nimmt ein Ende, weil es langsam echt komisch wird, wie letztes Mal mit dem Hund. Aber naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach genau, wir waren ja in der... ...in hier unten, genau, da haben wir ja den Kollegen hier... ...gesehen. Kann ich hier irgendwas machen? Der hat da letztes Mal die... ...die Tür einfach mal nach unten ge... ...oder, den Stein hier... ...dermaßen nach unten geballert. Okay. Ach so, okay. Ich weiß schon, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen einmal durch beide Türen und, äh, die Schlüssel finden. Das ist sehr, sehr obvious. Oh, wie sich die Musik einfach mal direkt ändert. Ja, logischerweise einfach mal den Hahn abdrehen. Ja, logischerweise einfach mal den Hahn abdrehen. Sorry, wenn das jetzt etwas schlauter war. So. Ach komm. Schade, kann er nicht auftreten. Knock, knock. Who's there? Okay, ein Glück haben wir jetzt einen Sniper. Das Ding... ...atmet noch. Was... was zur Hölle macht das Ding? Es bewegt sich. Ich will es von hier erschießen, aber ich habe Angst, dass ich dann Leute anlocke. Egal. Ja. Gut. Ich würde mal sagen... Wir haben da Glück gehabt. Das Ding hat... ...zwei... ...köpfe. No, no. Nein, Steam hat sich geöffnet. Oh mein Gott. Ähm. Einfach mal weil wegen ist so. Ich mein... ...ist ja alles ganz cool und so, ne, aber... Au. Bist du behindert? Nein. Hm. Ach so. Huch. Entschuldigung. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Yep. Ähm. Nein, das... das Holz. Hallo? Hallo? Verbren... Verbrennen. Okay, gut. Dann hat sich das jetzt einfach mal erledigt. Und hier haben wir neue Streicherlzer. Eine Flasche. Und hier kamen die Zacken irgendwo raus. Ist das Ding da hinten? Komm. Komm. Ähm. Schau dich. Okay. Gut, dass wir das Ding kaputt gemacht haben, den Typen. Weil... Das Vieh hat uns ja... Oh, das ist laut. Ähm. Sozusagen den Arsch gerettet gerade. Das ist richtig laut. Und hier haben wir erstmal ne Axt. Damit können wir uns die nächsten 100 Meter verteidigen. Huh. Huhu. Huhu. Das war knapp. Hallo? Äh. Nein. Einfach nö. Nein. Ne. Nein. Ich... Uh. Drogen. Wir brauchen unbedingt Drogen. Jaaaa. Äh. Ey. Das ballert so. Man kann nicht mal die Tür aufmachen. Hallo? Oh. Da ist auch noch was. Nein. Ähm. Hallo? Nicht runter. Ich will wissen, was da drin ist. Ähm. Gut. Wir haben einfach mal Axt durch die Wand Wurf gemacht. Auch gut. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie... Wieso ist die denn so verbackt, diese Passage hier? Hier können wir das Ding nicht öffnen. Müssen wir dagegen schießen. Oh. Okay. Gut, ich nehm alles zurück. Hier ist noch nichts verbackt. Nein. So, hier waren wir überall. Da unten will ich nicht hin. Aber da können wir mal runter. Schau mal, was da ist. Es sieht hier nämlich so aus, als ob es weitergehen würde. Aber ich hab irgendwie Angst, die andere... Das andere Tor da aufzumachen, was die mich da sonst... Böse hat zerficken. Nein, 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 nein. Ich denke mal... Ganz schnell. Aus, 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 aus. Ähm. 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 Okay, gut. Das hat sich moderiert. Ähm. Haben wir irgendwas? Ja, das. Hä? Nein. Meins, zwei, drei. Das nehmen wir. Stopp. Brennen. Brennen. Okay, gut. Schnell. 50 Grad. Du wirst gerade grab werden. So, gut. Das wäre geklärt. Hier haben wir... Nahlentechnik. Drei Stück, für? So, das geht schon wieder die Munition aus. Ähm. Ach nö, jetzt muss ich wieder hoch. Okay. Ich nehm's zurück, wir müssen nicht hoch. Hätte ich jetzt zwar wetten können, aber vielleicht müssen wir... Können wir da runter? Ach, da ist ne Leiter. Gut, dass mir das jemand sagt. Danke. Echt. Danke. So. Ey, das sieht schon wieder so böse aus hier unten. Oh nö, ich will nicht noch mal in die Luft gehen. Warte, 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 bitte, bitte, eine Granate. Nein, nein, nein. Oh, bitte, warte, eine Granate. Und lauf, und lauf. Und noch eine werfen. Und stirb. Oh, da ist noch ein, der lebt noch. Huch, okay, äh. Kipp einfach um. Aber dich verbrenne ich, dir vertraue ich nicht. Du, dein Herz schlägt noch. Bitte, du, dein Herz schlägt noch mal in die Luft. Bitte diesmal? Ja. Diesmal geht's wieder. Theoretisch müsste ich die alle auch gar nicht entschärfen, weil ich ja eigentlich, äh, theoretisch, so rein, rein hypothetisch, theoretisch, daran vorbeischlechen könnte. Aber ich will diese Dinger immer haben, deswegen. Oh. Naja, geschafft ist, geschafft, ne? Ähm. Da ist glibberidibberi. Hier ist nix mehr. Nö. Was haben wir denn hier? Schienes. Auch nix, aber hier geht's weiter. Immer diese Dinger. Vielleicht hast du wiederholt drücken. Wow. So perverse Schleusen, ne? Echt. Fickt euch alle. Fickt euch einfach. Fuck. Ich wollte es doch gerade entschärfen. Ich hab doch gerade auf entschärfen geklickt. Oh mein Gott. Was ist denn bei euch los? Nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Komm. Einen noch. Verdammt. Das war knapp. Ja. Etwas. Okay, die Brüder. Ränder. Das ist ganz gut. Und weiter geht die Farge. Oh, hier geht's nach oben. Weit nach oben. Liegt hier noch irgendwas? Was man gebrauchen könnte? Ich hätte das Ding noch entschärfen können. Ich höre, Idiot. Aber dann wäre ich nicht so kamikaze durchgerannt. Dann hätte ich hier alle getötet. Ich bin immer so einer, der muss immer alles erledigt haben, sonst kann ich nicht gut schlafen. So. Oh, na, boom, wo ist denn? Ich denke immer, das ist mal ein Schwert oder so. Irgendwie kommt hier nichts zustande. Huch. Bab, 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 baby bell. Oh, da ist das zweite. Oh, ich muss den Weg gleich nochmal zurück. Okay. Oder geht die Tür jetzt auf, wenn ich den Kopf rausnehme? Ja, okay, gut. Ich hatte keinen Bock gehabt, zurückzulaufen, um ehrlich zu sein. Nur noch eins. Ja. Wow, du bist echt ein Held, weißt du das? Ich will speichern. Obwohl, nein, er hat gerade gespeichert. Komm, den Kopf schaffen wir auch. Wir sind... ...blüpprost. Okay. Eine Kerze. Sieht gefährlich aus. Ein bisschen. Haben wir hier noch Munition oder sowas? Noch mehr Schleim. Noch mehr Schleim. Hier haben wir... Aber wir haben... ...keine Munition. Diese Kakerlake, dieser Speichel lecker. Er nährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg, wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Okay, gut. Böses gegeben. Und einmal um sein Safe, den man nicht mehr öffnen soll. Beziehungsweise wir sollten vorsichtig sein. Ah, das sieht gefährlich aus hier. Sehr gefährlich. Ähm. Können wir hier... Kann man das irgendwie... Okay, jetzt wird's langsam knifflig. Okay, hier ist Dynamit. Das heißt, hier wär's nur in die Luft gegangen. Ich könnte theoretisch denken, dass das hier durchfliegt und das in die Luft tremmert, aber... Wir könnten das hier so ducken. Aber wie aktivieren wir das? Ich bin so ein Vollidiot, jetzt darf ich immer wenigstens wüschen machen. Wie schwul das war. So richtig scheiße. Oh nein. Ey. Aber hey, Probleme gesorgt. So, jetzt muss ich... Ich vergesse mal, ob wir das danach noch einsammeln müssen und alles nochmal. Ja, müssen wir, schade. Ach, das konnte man auch drehen. Was ist denn hier drunter? So? Oh doch, da kann man hoch. Marcel. Gut. Machen wir das doch nochmal. Warte mal. Okay, gut. Hier ist nichts oben. Ich hab mich geirrt. Tut mir leid. Ich hab nichts gesagt. Mann, das hat mich schon wieder so ultra erschrocken. So, ich würd... Ich würd ungern... Auf die... Hallo? Wenn du da jetzt durchläufst, dann hau ich dich. Hallo. Hallo. So, jetzt. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ähm... Ne. Wir müssen hier hoch. Eins. Zwei. So. Und ab geht die Fahrt. Habe ich mir das gerade eingebildet, oder? Oh, 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 oh. Ähm. Nein, Marcel. Du hast es dir nicht eingebildet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, gespeichert. Vielleicht passiert was. Oh, ich hab die Ratte getötet. Gut. Ähm. Nee, wirklich. Hm. Gehen wir doch durch diesen... Komplett... Ungefährlichen... Geheim, ja? Dann entschärfen wir hier nochmal den Shit hier, dann gehen wir hier wieder alles in die Luft gegangen. Was passiert dann, wenn wir irgendwas hier draufwerfen? Oh. Achso. Wow. Piss dich. Bist du behindert? Geh weg. Bist du bescheuert oder was? Du tickst nicht mehr ganz richtig. Komm doch. Egal. Ich hab zwar wieder Munitionfasche verwendet, aber... ...sonstern wir ihn halt so. Oh cool. Ich kann mich im Duken... Ich kann dem Duken nachnamen. Muss ich auch noch nicht. Jetzt hab ich ihn nicht mal mehr für den Revolver Munition. Naja, gut. Du bist scheiße. Weißt du das? Echt scheiße. Und weiter geht's. Jetzt geht wahrscheinlich wieder eine Tür zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit, 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 shit. Der lässt sich auch immer wieder was Neues einfallen, ja? Was wollt ihr machen, hm? Sind die wirklich so buggy? Bitte kommt hier lang. Ich bitte euch. Ich habe doch nichts mehr. Aber wir könnten... Wir machen das jetzt so. Wir machen uns ein... ...ein Explosivbolzen. Und versuchen sie damit, alle zu töten. Gut, wir machen das gleich nochmal. Okay. Boom. Gerade den falschen Shit ausgerüstet. Oh wow. Kann der mal... Meine Fresse. Verpiss dich doch. In die Nüsse. Voll in die Klöten. Oh, Alter. Strotmunition und eine Granate. Und hey, wir haben... Ne, haben wir nicht schon. Ähm, schruffelte. So, eine Kugel nach Land und auf einmal sind alle drei drin. Hier ist eine Axt, eine neue. Jetzt müsste die wieder aufgehen, oder? Ich komme mir gerade vor wie bei Tomb Raider. Mit irgendwelchen Katakomben, um irgendwas abzumurksen. Hallo? Du kannst dich nicht... Oh. Ich scherde dich, du Schakal. Ich scherde euch doch alle. Bäm. Puh. So. Jetzt geht die Wand wieder hoch. Und Kontrollpunkt. Und das letzte... Ach ne. Der nächste Kopf. Und der letzte Kopf. Zack. Okay, er ist nicht mehr hier unten. Wollen wir die Tür auflassen, oder wollen wir runter... Ach komm, wir starten immer runter. YOLO. Ähm. Okay. 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 Dass ich da nicht drauf treten darf, war mir schon klar. Okay. Ähm. Ich glaube, wir müssen schnell da durchlaufen, ohne in diese Dinger zu treten, weil sonst sterben wir. Danke für die Info. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So. Auf geht's. Und schon wieder tot, Mann. So. Ich, äh, denk mir jetzt mal... Ich guck mir jetzt mal an, wo die alle liegen. So. Wir können da durch die Mitte, dann da. Dann... Ne. Wir müssen durch die Mitte, dann da durch. Dann da und da. Okay, gut. Und rennen und... Nein, 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 nein. So. Vierter Versuch. Ja. 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 So. Okay, gut. Alter, ich hab Angst vor den Kisten. Du bist sicher. Wo ist... Klett. Klett. Klett, Mann? Ist sie auch hier? Kinn. Kinn. Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? Ihr gut. Geh zurück. Ich mach das auf. Oh, cool. Liste Musik, ne? Da müssen wir rein. Gut. Gut, Leslie. Liegt hier noch irgendwas? Was wir gebrochen können? Da ist wieder nur so'n Hitzeraum. Gut. Los, es tut mir noch was. Gut. Was ist super. Nein! Warte! Ahhhh... Ahhhh... Leslie! Leslie! Lesley! Oh, oh. Er ist der Ficker. Ja, genau, genau. Ähm, fuck. Das hat weh, ähm, davon brauchen wir auch noch einen. Ja, das ist wirklich... Shit. Shit, shit, shit. Wo ist das Ventil? Scheiße, das Ventil. Nein, raus, 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 raus. Oder müssen wir hier hin? Oh, Spritzen. Müssen wir das Ding auch nehmen? Da ist noch was für uns. Ähm. Hallo? Oh, hier ist ein Ventil. Ah, das können wir benutzen, gut. Oh, oh. Renn, rein, 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 rein. Nein, nein. Das nehmen wir. Wir nehmen die. So. Er rennt auch immer langsam. Ja, genau, hau mir aufs Maul. Yay. Er hat sich in das Ding verkrochen, gut. Hier durch. Oh, cool. Er kann sich doch durch die schienenden Kisten basteln. Aber wir sind jetzt wieder hier am Anfang. Wo sind wir? Können wir hier ernsthaft einfach nur im Kreis rennen? Ah, hier, das können wir ausmachen. Wenn ich so mache, ist zwar laut, aber ich brauche... ...nur zwei. Warum, warum? Oh, Mann. Das ist... Wie soll ich denn das Ding töten? Ist hier was? Hier ist nix. Hier ist was? Nein. Da, die Tür ist offen. So. Ich kann irgendwas nehmen? Ja. Wo ist er? Können wir hier raus? So. Ja, wie kann ich ihn denn töten? Das ist ja... Oh, hier können wir auch ruhig. Was ist hier? Ähm, hi. What's up? Oh, nein. Hier ist feste Richtung. In die Richtung. Lauf, 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 lauf. Ähm. Haus wollte ich nicht unbedingt wieder. Okay, gut. Oh, hier liegt was. Was ist das? Oh, wenn T-Griff eingrößt ist, wird T-OK. Jetzt müsste er wieder umgekippt sein. Ja, gut. Jetzt müssten wir das Ventil hier abdrehen können. Welches hat er eben kaputt gemacht? Bin ich bescheuert? Oh, hier liegt was? Cool. Ähm. Nein. 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 Oh, 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 oh. Welches Ventil hat er kaputt gemacht? Was macht er das hier? Ähm. Weg. Weg, 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 weg. Komm. Trau dich. Hallo? Warum bin ich immer so neugierig? Yo, yo, Bruder. Was ist mit... Was ist mit... Gut, ähm. Ich seh's ein, er ist besser als ich. Aber wir machen das so, dass wir ihn in der nächsten Folge dann wirklich zerficken. Ähm. So. Wenn euch das Video gefallen hat oder mein Let's Play, dann teilt es doch mit euren Freunden und lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und, ähm. Abonnieren will ich vergessen. Und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tschödelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü